Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Lehrfilmreihe zu Versagensmechanismen und Bruchformen. Im ersten Teil konntet ihr schon einen Überblick über die Brucharten erhalten. Jetzt werdet ihr den spröden und den duktilen Gewaltbruch näher kennenlernen. Wenn eine Zugprobe bis zum Bruch axial statisch belastet, also langsam und gleichmäßig auseinandergezogen wird, endet dieser Zugversuch in einem Gewaltbruch der Probe. Ein Gewaltbruch bezeichnet einen spontanen, schnellen Bruch nach einmaliger Belastung. Der Gewaltbruch wird unterschieden in den spröden Gewaltbruch und den duktilen Gewaltbruch. Bei einem spröden Gewaltbruch versagt das Bauteil ohne vorherige plastische Verformung. Die Bruchfläche ist in der Regel glatt, manchmal sogar samtig. Es sind makroskopisch, das heißt mit dem Auge oder einer Lupe, keine Verformungen zu erkennen. Der spröde Gewaltbruch, früher auch als Trennbruch bezeichnet, tritt auf, sobald die größte Zugnormalspannung die Trennfestigkeit des Werkstoffs übersteigt. Bei diesem einachsigen Spannungszustand wirkt die vom Betrag her größte Normalspannung in Zugrichtung. Aus diesem Grund tritt der Sprödbruch bzw. Spaltbruch dort senkrecht zur Zugrichtung auf. Im mikroskopischen Bereich entstehen im Gefüge Spaltbrüche an Stellen, an denen die Versetzungsbewegung behindert ist. Solche Stellen können zum Beispiel Fremdatome, Korngrenzen, Einschlüsse, Ausscheidungen oder aufgestaute Versetzungen sein. Wir erinnern uns, dass Werkstoffe nur dann plastisch verformt werden können, wenn sich Versetzungen ungehindert durch das Gitter bewegen können. Ist die Versetzungsbewegung jetzt aber behindert, weitet sich das Gitter vor dem Hindernis auf. Diese Gitteraufweitung führt dann zur Zerstörung der atomaren Bindungen. Außerdem wirkt die Gitteraufweitung als Keim eines Mikrorisses, der zum sogenannten Spaltriss heranwächst. Der entstandene Riss breitet sich anschließend so lange mit hoher Geschwindigkeit aus, bis er mit bloßem Auge sichtbar ist und das Bauteil schließlich versagt. Bei einem duktilen Gewaltbruch verformt sich das Bauteil zunächst plastisch, bevor es bricht. In der Regel sind die verformten Bereiche gut zu erkennen. Die Bruchfläche ist oft auseinandergezogen oder sogar zerklüftet. Typisch für den zähen Gewaltbruch ist eine Wabenstruktur. Im Inneren eines Bauteils treten als Reaktionen auf die äußere Belastung sowohl normal als auch Schubspannungen auf. Im Bereich maximaler Schubspannung werden Versetzungsbewegungen ausgelöst. Durch die Verformungsbeanspruchung kommt es außerdem zur Zunahme der Versetzungsanzahl. Dadurch ist das Versetzungswandern behindert und der Werkstoff verfestigt sich. Versetzungen stauen sich vor Hindernissen wie Korngrenzen, Einschlüssen und Fremdphasen auf. Dort bilden sich Mikrorisse und Mikroporen, aus denen kleine Hohlräume wachsen. Diese Hohlräume wachsen nach dem Abscheren des verbleibenden Werkstoffanteils zusammen und vergrößern sich bis nur noch Restmaterial als Stege um die Hohlräume herum stehen bleibt. Diese Stege sind in der Fläche deutlich kleiner als das Vollmaterial und halten der Verformungsbeanspruchung nicht stand, sodass sie in Richtung der größten wirksamen Schubspannung plastisch bis auf den Punkt auseinandergezogen werden. Gleitebenen scheren dabei aneinander ab. Der Werkstoff schnürt makroskopisch sichtbar ein. Er wird also senkrecht zur Beanspruchungsrichtung dünner. Bei Unterschreiten einer Mindestdicke der Stege kommt es zur vollständigen Zerstörung der atomaren Bindungen und zum Versagen des Bauteils. Unter dem Mikroskop lassen sich die typischen Waben erkennen, deren Ränder den ehemaligen Stegen zuzuordnen sind. Da sie in Beanspruchungsrichtung zeigen, werden sie auch Schubwaben genannt. Es ist wichtig zu verstehen, dass die plastische Verformung erst die Voraussetzung für den duktilen Bruch schafft, das heißt die makroskopische Einschnürung und die Bildung von Mikrorissen. Zusammenfassung Ein Gewaltbruch bezeichnet einen spontanen, schnellen Bruch nach einmaliger Belastung. Es werden zwei Arten von Gewaltbruch unterschieden. Der normalspannungsgetriebene spröde Gewaltbruch und der duktile, schubspannungsgetriebene Gewaltbruch. Der spröde Gewaltbruch weist ebene Bruchflächen senkrecht zur größten Normalspannung und geringe oder keine sichtbare plastische Verformung auf. Infolge der Behinderung der Versetzungsbewegung entstehen Risse, die sich schlagartig ausbreiten und zum Versagen führen. Bei einem duktilen Gewaltbruch ist die größte wirksame Schubspannung Ursache für das Versagen. Der duktile Gewaltbruch weist deutliche plastische Verformung auf, das heißt, es ist eine deutliche Einschnürung des Werkstoffes vor dem Bruch zu erkennen. Infolge der Versetzungsbewegung als Träger der plastischen Verformung behindern sich Versetzungen gegenseitig und stauen sich an Einschlüssen, Korngrenzen oder Ausscheidungen auf. Es bilden sich Mikrorisse, aus denen immer größer werdende Hohlräume entstehen, bis der Werkstoff letztendlich versagt. Charakteristisch für den duktilen Gewaltbruch ist die mikroskopisch sichtbare Wabenstruktur.